Noch mehr Glanz in der schönen Hütte. Hallo Tobi. Hallo, wen hast du denn da? Herzlich willkommen zum Türchen Nummer 23 und heute, weil es halt ja schon zweimal mit mir und Technik nicht funktioniert, habe ich mir gedacht, ich trinke ein Glühweilchen zum 23. und der Michael erklärt euch unser heutiges Türchen. Echt? Ja. Aber ich fand, du hast es gut gemacht mit der Technik. Nein, ich bin gescheitert. Aber das macht doch nichts. Aber heute erkläre ich euch ganz kurz die Effizienz des Ladeboosters vom WCS, weil dieser Ladebooster ist schon ein bisschen besonders, weil er viele Funktionen in einem hat und echt effizient und sehr stark eure Batterie wieder vollboostert. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, kann per E-Mail oder einfach bei uns anrufen. Boostern, das Thema für euer Reisemobil. Absolut. Unumgänglich für die Autarkie. Und wir sagen Tschüss und bis morgen am Heiligabend. Tschau, tschau. Und jetzt will ihr auch ein Glühwein. Du kriegst es. Recht hast. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020